ok dann starte ich hab schon und das haben wir dann dann starte ich im video youtube willkommen zurück von der neuten unglaublichen folge 7d ist du da mit den unglaublich gut aussehenden badsy boy ja danke zocky aber auch nur weil ich ne maske habe ich mag dein outfit feier ich ja eigentlich für arme hat jetzt übrigens gesehen es gibt eine mod dass du unserer pörsen zocken könntest tatsache müssten wir uns runterladen eventuell ich darf nicht wir sind ja jetzt bei tag 7 und wir wissen der plan mit der brücke hat nicht geklappt ja weil wir das noch nicht so richtig dings und haben dings und super gut regen also willst du noch mal die brücke probieren oder was die vorzubereiten noch mal okay warte mal mir eigentlich eine quest angenommen den handelsroute öffnen habe ich noch die andere drunter abholung ballers oder so ne die sind bei mir alle abgeschlossen ich habe keine mehr es gibt es ja gar nicht vielleicht habe ich keine von ihr geholt vielleicht aber wir sind noch nicht befreundet jetzt habe ich die abholung na gut dann gehen wir zur abholung ich muss leider langsam fahren ich habe gebrochenen c er tut beim rudern weh und beim radfahren auch ein bisschen aber hier muss ich noch reingucken wieso aber ein buch drin noch mal ein buch drin natürlich auch ein haben ein buch drin nur papier aber ein buch besteht doch aus papier macht ihr doch selbst ein buch das wäre so eine ganz viel papier hast beliebiges buch kraften was du brauchst das wäre sehr das wäre richtig gut der zock ist dahinten der beste wird zum zombie ja ich fahr ganz langsam dorthin wo wo die quest ist war wie gesagt ich habe und ist 57 sekunden muss ich noch langsam schütteln auch packt wegen mein bruch das geht doch 32 sekunden noch ich müsste was essen eh oh shit hab nix zum essen mit bis gott wir wissen doch sehr was da holzmann da holzfäller oleg aber jetzt muss ich wieder ich erst mal wo das ist ja ein auto warst du angst vor autos wo ist der pc jetzt da du bist hier drin sechs sekunden da kann ich wieder rennen ja der bruch ist weg diese abstände ich kapiere so immer noch nicht aber ich kann eh wieder rennen wir gar kein licht am fahrer dran doch nö haben wir nicht doch nee das ist ein helm licht was aktiv ist ich habe ja auch eins ganz vergessen ach das ist mein helm licht okay aber ich muss mein rad holen wir werden wahrscheinlich erst wieder looten oder dann die mission starben so ist eigentlich der plan ja da ist ein loch im boden das ist ja schön immer mal ins loch hallo ich bin im loch in dem gebäude der hat leuchtende augen die mir sagen dass du das größte film oder ich hänge fest aber schon länger kein seven days mehr zockt oder total total im arsch irgendwie ich will dauernd wegrollen hier das muss mich jetzt auch mal heilen weil sonst habe ich wieder aua ohne ende lächerlich bin ich infiziert mit koronimoni oder das bin ich nicht warum redest du auf einmal wie aporette du redet aporette ja der sagt doch immer irgendwie immer koronimoni und solche sachen tatsache oh mein gott inflation hat mich erwischt aber ich bin pleite ich bin aporette und habe keine kohle ne das traurige ist ich bin nur der kleine zogger und ich habe keine kohle oder möglich möglich eigentlich habe ich gar nicht wenig geld ich verdiene mit youtube na offen kohle das wissen die leute aber nicht weil ich einfach dass ich dann die große glocke aber ich habe diverse partnerverträge wo ich nur ab und zu meinen zumpf herzeigen muss aber nicht auf youtube wir wollen ja aber auch nur weil er so kurz ist der kanal ja 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 was was redest du oder der muss ich mich nehmen aber ich habe auch keinen keine schlür verbunden ich muss nichts nehmen da hat wäre gemacht so haben wir alle hier leuchtende augen die uhrzeit hat damit nichts zu tun wenn du was beim essen findest ich könnte etwas brauchen habe ich vielleicht was dabei ja ich könnte eine dose biernen abgeben wenn du willst mal ich habe jetzt zwar mein mais gefuttert vielleicht ist hier noch was drin knochen ich könnte den rest drunter kriefen vielleicht eine kartoffel aber die so zu essen ist das gut ich esse einfach so ich brauche ein bisschen nahrung er sollt nix aber man kann nicht schade man kann nicht mal auf der bier spielen das ist kein phasmophobie mit leuchter arg das ist ja dann leuchter arg wenn sie die leuchten halt wenn sie die zieht so kam jetzt hinter dir war sie ist in der ecke gelegen oder so also in der ecke gelegen das gibt es doch nicht hallo leuchter arg warum nenn ich sie auch leuchter arg und dann gehe ich hoch wenn du so gehst das ist so ein zombie mit mit 2 2 2 leuchter arg und er rennt ich muss nachladen gott vielleicht bist du verblutet ich glaube die gegend wo bin ich jetzt du bist jetzt müsstest du bist oben du bist irgendwie oben gespawnt vielleicht konntest du hier nicht spawnen wo du gerade gestorben bist hallo schatzi da bist du beim guten loot aber da wäre schon richtig glaube ich der gute loot außer ich schaue hier hoch vielleicht ja ja leider hoch ja dann ist hier auch der gute loot ja und wieder leuchter auge und ich bin im eck gefahren scheiße hinter dir ist ein fenster bätsi war oder ich hätte gerne ein pistel statt ein revolver sage ich da ganz ehrlich wie sie es tot alle tot allesamt tot ja warte mal was habe ich denn eingesammelt oh ich habe voll strecker schuhe geil damit kannst du dich voll strecken oh warte hier wer essen oh geil oh ist da essen drin ja ein bisschen was ist jetzt hier der gute loot oder ja können die da hinter dir da ammolition ein bisschen oh hoffentlich reicht oh ich habe zum Glück 10 niedrige einstecken noch mal du kannst dich auch aufklopfen mit der axt ich mache das so ich mache das so okay ich habe alle meine dietrich in der scheißkiste verbraucht das dauert aber ewig bis ich die offen habe ich kann daher helfen draufkloppen so ist es ja nicht so geht schon viel schneller meiner ist nicht gut mit dietrich anscheinend hast du eigentlich dein gut hier schon meinen lud also diese kiste die man hier holen muss wir haben die quest doch nicht aktiv hat sie du hast ja auch noch nicht geholfen wir gehen ja vorher immer looten jetzt gönnst du dir den guten und nachher gönn ich mir den guten tut ja ich weiß jetzt auch gerade gekommen hast du deine kiste schon geholfen mach dich nur lustig über mich hier in seiner box das ist eine kurze karierte hose ich weiß ja nicht meine achse ist gleich downy so was haben wir denn landfeuer waffen teile auch gut damit könnte man eine pistol kraft wenn wir endlich mal eine werkbank hätten knochen ja genau da hinten war noch munition oder so und jetzt gehen wir wieder raus schon bin ich einmal wieder überfüllt jetzt aktivieren wie die quest meiner muss zum glück gerade nichts essen ich hatte auch holzfäller handschuhe die holzfäller sind ein stuhl für besser meine schuhe sind aber auch besser auch ficken ich höre ein tier hörst du was ein tier ist hier nein mein gerät hat dich da wie ich bin tot so tot das war gar kein zombie tier das war ein richtiges tier alter der zombie rennt an mir vorbei und schmeißt sich auf das tier der zombie hat mir das fleisch geklaut der zombie hat mir das fleisch geklaut was für ein sack so gut ich aktiviere die quest mir geht zwar richtig kacke aber ich würde die quest jetzt aktivieren verdammt du hast mich eingesperrt ach hier vor der türe runtergegangen also ein puller hey oder ich will sie sein kopf an und schießt irgendwie weiß nicht ich spiel bei dem film wanted mit ich kann kurve schießen dann kam der auf den arzt fuck 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 oh nooo woher fuck woher fuck alter hier ist der hier ist stein von der tecke gekommen ja weil er explodiert ist aber kass richtig geil aus weil das sah so aus als hättest du ihn verschüttet ach was bin ich dir jetzt irgendwie in die quere gekommen ja ja ich kann eh nix mal einstecken da ist das ich muss irgendwas mal weg tun woher tue ich denn weg warte einmal nägel hauen wir mal weg oh der war schön ich muss echt wieder reinkommen bei dem spiel ja das ist echt fies ha boah ich brauche unbedingt was zum heilen ah shit ich kann dir ein verband abgeben wenn du willst was lass doch mal noch kurz lass doch mal noch kurz hier geht's lang kommt dann gleich die alde hier zum glück kein leuchteauge ja weil da nicht mehr abend ist betsy die kommen auch so nicht nur am abend aber komischerweise kam sie jetzt eine zeit lang nicht mehr seitdem nicht mehr abend ist oh geil ein kürbis kann ich futtern hier ist was zu essen im schrank weil ich kann nix mehr na gut einmal kann ich noch einstecken ach hast du schon genommen gut leuchteauge leuchteauge und es ist nicht abend betsy der hat ja keine leuchteaugen der harte leuchteaugen schau es leuchtet sogar noch das eine orge das ist der lichteinfall ja der lichteinfall dir ist auch was eingefallen oder leuchteauge oh ich bin gleich tot du leuchteauge die leuchten weil er nicht sieht sorgi ok jetzt legt es mich aber wirklich gleich hin ich merke auch wir halten hier nicht viel aus ne das gebiet ist auch ein bisschen anspruchsvoll du weißt oh warte da ist eine heilung drin wo sind wir in das gebiet dann gegangen weil wir eine mission hier haben au hä warum steht jetzt badwoods ist beigetreten ob das du jetzt tot ja ich habe gesagt was schon gekriegt oh super ich bin oben auf dem dach da bist du da raus gekommen wo ich raus gekommen bin ah ne da bist du hallo zocki oh ist hallo zocki ich fahrt vor mir das dach runter gekommen ah ok ich will den guten loot so machen wir noch in die wand in die wand in die wand bleib liegen nur blödsinn du bist schon beim guten loot oder sammelt alles gerade oben ja soll ich dir bei der kiste helfen oder willst du warte mal ich probiere es mit dem dietrichen ok dann hole ich mir schnell den loot den ich holen muss der ist hier nämlich da außen irgendwo oder ist der unten ne der ist hier in der wand drin oder nicht doch äh eigentlich nur blödsinn drin oder was für ein scheiß hä oh nein was denn für mich ist die mission zu ende wieso weil ich ja hops gegangen bin nein total vergessen weiß ich habe sie nämlich gerade eingesammelt also ich kann die kiste zurück zum händler bringen ja ich nicht total vergessen man darf ja nicht hops gehen hier in dem game zu einer mission ja dann holen wir uns gleich nochmal welche wir sollten halt vielleicht nur ein zwei missionen noch machen und dann uns auf die nacht vorbereiten oder springen wir aus dem fenster nichts passiert ich bin ein großartiger mensch das wissen wir doch alle zocken ja oh geil ich kann eine werkbank craften bruder yay gehts endlich cool ist das da hinten ein hund ja ne ja ich hab ja keinen plot mehr das ist ich jetzt ja ich muss mal was in die kiste hoch tun ich warte nur auf dich weil dir wird wahrscheinlich der händler jetzt nicht angezeigt ne ach so ach so ja ja ich brauche nur mein rad wir können los ok ach schade dass ich auch ich habe gar nicht daran gedacht dass die mission gescheitert ist wenn du hops gehst ich ehrlich gesagt auch nicht weil dann wäre ich weil dann wäre ich ich wusste schon ne aber ich habe auch gar nicht einen moment grad eben nicht daran gedacht weil sonst wäre ich ein bisschen vorsichtiger gewesen weiss und hätte das den verband von dir genommen wo man hinter mir am boten und das heißt aber das ist ruhig immer dachte ja wenn ich halt wieder spawnen bin ich halt wieder hier oder so yay ich fahr vorne rum rein da kann ich nicht mit dem Rad rein hinten wahrscheinlich auch aber hoppala das ist die sicht die ich auf sie habe interessant interessant lass mich harten nein so nicht so nicht betsy boy aber ähm wie wird das mit den Verbandskasten so was ist denn am nächsten dran die fallen beseitigt das machen wir das ist zwar stuhl für drei aber warte gib mir kurz eine sekunde ich muss kurz was nachgucken so was braucht denn das mini Motorrad alles ähm ein lenker bräuchte ich auch noch also wenn ich das hier kaufen würde kann ich das dann zusammenfügen wenn die einen lenker verkauft k so dann packen wir gleich mal wieder wasch in die kiste aber die verkauft halt keinen lenker nur das fahrwerk nennen das ist wurscht achso die west will ich auch noch annehmen abholen abholen stufe drei nimm mal eine die wahrscheinlich in der nähe ist das besser ja ja ich nehm dir was am nähersten ist wer hier bei meinem rad du bre bre beim vorbeilaufen gibt er meine knack quatschen so tue mal alles was ich jetzt nicht gebrauchen kann mal weg ah ja wir haben hier eine kiste hier gell ganz vergessen nachtsicht mod cool dann kannst du die nacht sehen oder in der nacht sehen ganz vergessen dass wir hier kisten haben das ist nämlich das ist nämlich vielleicht doch mit so haben wir wieder ein bisschen platz kiste voll kiste voll ah verbanter mal hier drin zock hier abholen dann machen wir erstmal zocki seine weil die die ist am weitesten weg wieso ja weil die 300 meter weit weg ist ja und von kürbis kürbis servus kürbis na gut wir können hoppala könnten wir wieder so eine werkzeugkiste ich habe welche ich habe drei stück ok oh ausdauer so i'm here wer noch hundehütte da gibt es wahrscheinlich im hundi so als erster guten lootsnacken damit hat er jetzt nicht gerechnet dass mich hochkommt gell gibts doch zu doch hab ich gedacht dass das nun alt ist oh habe ich eine aus tot ist er na toll lass sich nicht lumpen ein bad see hello guys i'm here wer noch i'm höring dich leuchte orge oh oh da kommen zwei leuchten aber es ist doch nicht nacht oh verdammt der ax bei mir schon ich sehe nur noch grau oh hier ist er aua oh fuck ich bin in die sackkasse geraten nicht gut oh ich habe keine ausdauer mehr für den prä kurz warten kurz warten zack kurz warten kurz warten kurz warten kurz ah er ist verblutet schönes ding hey jetzt kommen die hoch zu mir ja ich muss schnell heilung machen und dead dann habe ich wenn ich dead bin ist ja die mission weg wir haben sie noch nicht aktiviert ah ja stimmt ich bin nämlich wieder gleich dead alter zwei schläge und dead und dead wer ist denn hier ober ober über uns ober ober sind sie hier und ich mit der werkzeugkiste auch eine waffe machen machen die alle uff fangen schicken wir mal durch oh un dead un dead un dead rette dead redemption oh verdammt der ax oh ne ja lauf zum bätsi ok dann kommst du halt zu mir und der bätsi nimmt die dicke oh mein goooood wie immer gell oh hab ihn erledigt oh schub sie runter die dicke sahe bumm oh ist richtig weils ist auch richtig ja da ist sie übrigens ein poster von ihr tatsächlich oh okel oleg aber man sagt es nicht was du gesagt hast weil vielleicht hat sie nur schwere Knochen. Ja, macht ja nix. Schwere Knochen und große Knochen dann halt auch, weißt du? Weil sie sind nicht nur schwer, sondern auch gigantisch. Er hat einfach nicht runtergefallen. Okay. War man eigentlich schon beim guten Loot? Nee, nee, noch nicht. Ich glaub, dass der oben ist, aber wir sind irgendwie... Nee, der kann nicht oben sein. Weil wir sind ja von oben kommen, ne? Dann vielleicht hier in dem Keller. Möglich, ja. Im Keller eher. Oh mein Gott, I'm dead. Oh ja. Oh oh. Ja, ich glaub, der ist im Keller. Der gute Looter. Komm jetzt. Oh, Schatzi. Ich dachte, du liebst mich. Oh, ich höre ein Bessi schießen. Warte kurz. Ich muss nur kurz lernen, wie das funktioniert. Habe ich Munition drin? Ja, ist geladen. Wo bist denn du runter? Hier. Oh, und jetzt habe ich einen kurzen Rechner. Wow. Lauf, Sorki. Lauf. Oh, voll daneben. Huch. Lade doch schneller nach, du. Ich brauche besser Schotty. Oh, ich muss nachladen. Oh, der haut gleich die Tür weg. Lade nach, lade nach, lade nach. Oh, ich bin gleich da. Ich bin aber woanders, wo der Zocki ist. Ah, ich habe sie schon erledigt. Okay. Okay, er hat Loot gefunden anscheinend. Eine Handtasche mit ein bisschen Kohle drin. Da kommst du her. Der gute Loot ist hier. Nee. Wie, nee? Ja, da hat er in dem Raum war gar nicht. Ein Grüner, ein Grüner. Ist der giftiger wie andere? Der steht auf Spinat. Stärker ist er auf jeden Fall. Gute Fassi. Ah, hätte ich, hätte ich vielleicht können. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dem scheint es nicht gut zu gehen. So, jetzt ist er wieder hinter mir, Herr. Okay. Also ich komm. Jetzt wieder hinter mir. Jetzt wieder hinter mir. Okay, warte, ich muss nachladen. Das dauert es kurz. Ich auch. Ah, ich komm, 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 ich komm, ich komm. Okay, jetzt hat er, jetzt hat er ein bisschen Näschen. Ah, jetzt hat er wirklich jetzt ordentlich. Ich bin gleich im Arsch. Ich komm, ich, während Nachladen kann ich mich leider nicht viel bewegen. Ah, ja, gut. Er liegt nur kurz. Ah, lass mich. Lass mich ruhig sein. Der ist ein stabiles Kerlchen, Alter. Scheiße. Mal, er legt mich da. Der andere Zombie ist angelockt. Ja, ne Kreischer funsen. Oh. Die ist hier, bei mir. Okay, wir sind im Arsch. Sie hat, sie hat, sie hat was? Gekreischelt? Gekreischelt hat sie, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Bitte lass hier ein Ausgang sein. Ach, ne, Leiter hoch. Gekreischelt weiter. Oh, Scheiße, hier ist zu. Oh, hier geht's raus. Oh, nee. Oh, fuck. Die kommen ja hier hoch. Oh, und dann auch wieder gelb Auge. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Scheiße, was hast du getan? Heil dich, schnell. Oh, da kommen so viele, Alter. Warum denn zu mir, Kreischfunze? Mit roten Augen. Die hat gar keine gelben. Alter, das sind richtig viele. Ja, aber weißt du, das Gebäude hat auch... Oh, mein Gott. Oh, fuck. Die ganze Stadt ist voll, gerade voller Zombies. Aber wir werden gut drauf gehen. Ich bin gerade dabei. Die Wichskriffeln können auch Larven erst. Ja, und ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, ja, ich bin auch hier. Und ich bin weg. Nein, Betsy. Und das war es mit der Mission auch wieder. Wir haben sie doch nicht aktiv, Betsy. Bitte. Merkt ihr, dass ihr... Oh, mein Gott. Was geht hier ab? Es sind so viele Zombies, Alter. Alter, ich bin wieder erschienen und die gehen gleich wieder auf Video. Boah, wo können wir denn hin? Ja, ins andere Game vielleicht. Okay, das war keine gute Idee, hier reinzulaufen. Nein, ein Gebäude ist nie eine gute Idee. Das Beste ist, was man machen kann. Aber wo ist denn mein Fahrrad? Genau, das wollte ich gerade sagen. Fahrrad holen. Boah, Alter. Wie wird es das erst bei der Hortennacht? Schlimmer. Alter, das sind ja so viele. Hey, nicht laufen, Schatzi. Nicht laufen. Laufen ist was für große Jungs. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir rein. Oh, geil. Huckepack. Oh, ich bin gerade zwar in meinem Fahrrad gekommen. Da ist erstmal Abstand gewesen hier. Oh, da müssen alle hier beim Auto stehen. Wenn die da drauf haben, könnte das Auto explodieren und sie werden downy. Alter, vor allen Dingen ist jede Form von Zombie gerade da. Oh, ich höre schon wieder was. Und ich loote hier gerade wie ein großer. Ja, da kommen gerade zwei auf die Zugelaufen. Ich kann das Geräusch leider nicht nachmachen. Wow, wo springt... Was hat denn der jetzt vorgehabt, hat er... Wollt er mit... Wollt er mit dem Bodyslam mich da irgendwie plattrücken? Keine Ahnung, was hat ich gesehen? Kommt ihr eigentlich an den Fahrrad, oder? Oh ja, ich denke schon. Aber ich habe ein bisschen Bock, die zu zerlegen, die Schweine hier. Echt? Okay. Na, schauen, wie viele Zombies. Gibt es niemanden mehr in der Stadt, müssen alle hier sein. Die halten aber schon was aus. Die Military Boys, die sind ja auch gepanzert. Was wann? Hast du gefurzt, oder wie? Ah, fuck, ich hab' gefurzt. Du hast gefurzt, oder? Ja, und wie. Komm, droppt doch was für mich, Brudi. Da füllst du hier so rum. Oh, warte, aufpassen, hinter mir vielleicht. Was heißt denn, dass meine XP unten eigentlich rot dargestellt werden und sich nicht füllen? Ah, das Rote muss erst weg. Also, das wird immer weniger pro XP, was du erhältst. Okay. Und wenn es komplett weg ist, dann kannst du es jetzt wieder leveln. Ja, das wäre Packe. Oh, fuck, der Spooky. Der Spooky. Manche nennen ihm auch Trotto. Der ignoriert mich komplett. Okay, bei mir ist die Kulze. Achtung, er explodiert. Macht er bumm. Ja, aber ein kleines Bumm. Für so einen großen Kerl, ja? Mhm. Jetzt haben wir uns aber doch dann noch gut durchgesseitig. Er hat sich gerade ein Zombie selbst entzündet da hinten. Ich bin wieder unten, aber... Ach, der Krüle ist ja noch hier. Haben wir den nicht gelegt, Cut? Nee, den haben wir nicht geschafft, weil dann ging es ab. Dann hat er sich gedacht, ich stelle mich wieder dorthin, wo ich hinführe, oder wie? Wahrscheinlich. Sehr merkwürdiger Typ. Ich glaube, wir haben auch vorhin zu viel geschossen. Er hält gerade zu viel aus, der Typ. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe gerade keine Leben mehr. Ach, nur mal kurz umgeschubst. Was ist denn los mit dem? Ja, der ist ein stabiles Kerl hier. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich will nur nicht mehr so viel schießen, weil da haben wir vorhin so viele Angeln aufgenommen. Ja, die ganze Stadt. Eigentlich dürfte jetzt hier kein Zombie noch sein. Wie konnte er mir jetzt eine geben, Alter? Der war mit dem Rücken zu mir. Das war eigentlich nicht sehr oft bei dem Spiel. Na mal. Ja, der hat 1600 XP gegeben. Ja, damit war das Rote gleich weg. Und die Tür da jetzt ist nicht prünktlich. Da sind ja noch welche drin und im Haus. Ja, kommen Sie doch raus. Ich öffne Ihnen die Tür sehr gerne. Mein Herr. War man jetzt schon beim guten Loot? Nee. Wo ist der gute Loot? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn wir mal hier ans Ende kommen, wo der Typ uns überrascht hat. Nee, da kommst du in die Scheune. Oh ja, doch. Oh ja, doch, doch, doch. Müsst dann hier sein. In der Scheune oben oder so. Oh, oder mit die Knie aufkommen. Das tut sich ja weh. Das war eine andere Art von Superheldenlandung, Alter. Beide Landungen tun den Knie nicht gut. Aber hier ist nichts. Moment. Wie du die Leiter hochkrapselst. Da hinten. Trade together, trade together. So, ich werde drüben. Ich gönne mir die jetzt, okay? Und dann nachher gönnst du sie dir. Wir wissen, wo sie ist. Da gehen wir nämlich gleich ran. Wir wissen eh, dass meistens der gute Loot beim ersten Mal gönnt. Ich komme ewig. Ich bin zu dumm dazu. Na, ich verrate nämlich was. Wie wir das jetzt machen. Also, ich gönne mir den jetzt mal. Dann nachher bleibst du hier oben stehen. Ich hoffe, du bist nicht zu weit weg. Dann aktiviere ich die Knie. Wie wirst du hier rübergekommen eigentlich? Ja, gesprungen. Aber ich... Ah, was ist das? Scheiße. Ich kann mich schon wieder fast heilen. Du musst mir nur sagen, wenn ich dir bei der Küste helfen soll, ne? Nö, nö, alles gut. Hab schon. Okay. So, bleibst du hier oben stehen? Dann aktiviere ich jetzt die Quest. Mach mal so. Dann hast du es nämlich gleich, weil du brauchst du nicht großartig durch das ganze Gebäude treadeln. Es wird trotzdem schwer, die Mission. Oh ja, auf jeden Fall. Na, ich wette, dass der Grüne auch wieder respawn. So, bisher ist alles ruhig. Ne, nicht wirklich, aber... Oh ja, hier ist gleich... Oh ja, hier ist die Fix von mir gleich mit dem Sporn von mir. Aber unten, oder? Nicht oben bei dir? Ne, oben. Doch, die kommen gerade hoch, aber sie schaffen es noch nicht. Ich hoffe, es bleibt so. Nee, sie schaffen das Balancieren zum Glück nicht. Es ist doch zufällig meine Kiste hier drin. Also mein Loot, den ich holen muss. Meine leider nicht. Gibt ja nichts weiter mit dem Gebäude oder so. Oder eine Reparatur. Ach so, ja, ich kann da ja nichts geben. Ich verstehe nicht, warum ich keins finde. Ja, das ist so. Das schweigt, der Erklärung, ja. Nein, nein, das ist halt so. Manchmal hat es Glück und das ist alles dabei. Und manchmal... Oh Gott, was ist hier? Oder? Was ist mein Glück? Mein Glück hat mich verlassen. Okay, mein einer Dietrich ist weg. Oh, jetzt kommen die runter zu mir. Dann gehe ich aber hoch. Ich bin mit der Kiste jetzt ein bisschen beschäftigt, bis die offen ist. Ja, ich komme hoch. Hier ist irgendwo meine Ding. Und ich möchte nicht schon wieder hops gehen, weißt du? Und dann wieder die Missionen nicht. Wird eh nur schwer genug, bis ich meine küsse habe. Hä? Ah, noch eins weiter hoch? Okay. Okay, das macht nur Lärm und bringt nichts mit der Schott hier da runter zu schießen. Gleich, wenn wir beide oben sind, fallen sie ein paar mal runter und sterben so. Ja, rüberspringen, glaube ich, tun die nicht. Nein. Warte mal, Hornnacht hier unten drin. Oder glaubst du, die zerballern eher das Haus? Na, weiß ich gar nicht. Aber wir können es gerne versuchen, ja? Warte mal, setze ich aber. Oh, jetzt bin ich ein paar Mal angerufen worden. Dann mache ich hier ein X und schreibe einfach ein H für, weißt du was? H ist das Haare? K für Hornnacht. Oder so, ja. Und ich werde sicher gleich zurückrufen müssen. Irgendwas ist denn da. Ja, Freundin. Na ja, sieben Mal hat sie mich angerufen. Noch eine andere Nummer hat mich angerufen. Ja, dann lass mich hacken, dann telefonier du schnell. Ich ruf sie gleich zurück. Deine Hacker ist im Arsch. Oh, mein Ar... Ja, und ich habe keinen Stein. Warte, ich habe aber... Nee. Oh, Schietzer, ist jetzt in der Kiste drin. Und ich mache es dir auf, einfach. Danke. Oh, Predigerhut. Geil, oder? Das setzt mal ab. Da. Wenn ich kurz meine Kuh hat, den ausziehen. Schau mich an, Alter. Ja, ist ja cool. Ja, aber machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann telefoniere ich auch schnell. Äh, ja, klar. Kann man so machen. Judo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Oh, ciao. Brav sein. Ciao. Ciao.